Ich bin rein. Arbeitest du? Ja. Nein. Darf man dich bei der Arbeit stören? Nein. Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Das Schnitzel, die wegkommt. Du schneidest jetzt Papier ins Schnitzel, was du nachher weg willst? Nein. Meinst du, die Mülltonne ist zu klein, um so große Schnitzel zu nehmen? Ja. Na gut, dann will ich dich nicht weiter stören beim Arbeiten. Du bist auch hochkonzentriert wie sie hier.